Ich muss hier rüber, oder? Ach, nicht so schnell. Nicht so schnell, aber ich muss hier rüber. Nasser haut das Ding denn ab. Oh, kann der Level nicht vorbei sein? Bitte. Bitte. Nee. Wohl kann ich nicht in der Ecke bleiben und dann über das Ding drüber. Ja, das geht. Was ist... Ja, genau. Komm, nehmen wir da einfach mal vier Kreissägen, platzieren die in einem einzigen Scroll im Bildschirm und lassen den Mario-Spieler auf einer Disco-Shell jonglieren, deren er sich über Manschern befindet. Natürlich, das ist die beste Idee überhaupt. Ey, ein Grammy dafür. Aber auch nur ein Grammy. Meine Fresse. Was soll das? Was soll das? Hast du schon was vom Sprite-Limit gehört, Kumpel? Ey, was ist das hier für ein Abfuck? Das kann doch nicht euer Ernst sein, oder? Kann der Level bitte aufhören? Oh, danke schön. Oh, wow. Das Einzige, dadurch, dass es jetzt langsamer läuft. Ähm, ja, wegen den Sprites ist das Balancieren so ein bisschen einfacher. Da ist das Ziel. Ja, ah, ja, nee. Ja, nee. Ja, nee. Stimmt. Was ist besser als vier Sägen? Fünf Sägen. Alter, Kaiser-Macher-G-Sterben, ey. Sag mal. Da ist das Ziel. Ich will keine Punkte haben. Ich will dann nur irgendwie durch. Oh, yes. Bams, Alter. Oh. Ja. Was? 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 Leck mich am Arsch. Ey, was ist das hier für eine Brücke? Das ist eine Brücke. Damit man leichter von der einen Seite auf die andere Seite kann. Ernsthaft? Ich töte lieber 100.000 Vögel und baue mir einen Anzug aus Federn und fliege darüber. Oder hangel mich darüber, als dass ich so über so eine scheiß Brücke gehe. Oh, fick dich einfach nur. Was haben wir hier? Ist das ein Wald? Es hat so ein bisschen... Es hat so ein bisschen... Ach, es ist ein Geisterhaus. Ach, danke. Es ist ein Geisterhaus. Savestead auf der Map. Die Nummer 1 wird wieder überspeichert. Wunderbar. Und zapp. Gut. Gucken wir uns das Waldgeisterhaus an. Aber das finde ich wirklich schön. Dass hier so gesehen, ähm... Ja, jeder Level... Bisher war es jeder Level... So seine eigene... So ein eigenes Thema hat. Ja gut, welches Thema hatte der hier gerade? Brücke? Nein. Alles, aber keine Brücke. Aber jetzt sind wir so gesehen im Wald oder... So eine Wiese, so eine Antike... Gucken wir es uns einfach an. Hier ist ein Geisterhaus. Moin. Der Kleppner ist da. Verstopfte Rohre. Wasser, das nicht mehr abläuft. Fäkalien, die die Spadulette hochkommen. Dafür bin ich. Izemie. Was? Mario. Ja, natürlich. Das ganze Geisterhaus bewegt sich. Ähm... Ist das schlau? Ist das gut? Ist das Hilfe? Ähm... Ich muss da durchspringen. Okay, das ist... Ja, das geht noch. Äh. Ja gut, das war jetzt noch ziemlich in Ordnung. Äh. Moment mal. Ach, er rutscht da runter. Ach, du ahnst es nicht. Muss ich überhaupt hin? Ach so, ich hab's verstanden. Da ist so ein, so ein, äh... Oh, so ein... Wie nennt sich die nochmal? Ja, so ein Blockgeist. Ich bezeichne das einfach mal als Blockgeist. Und diese Blockgeister... Oh. Kann ich ja eigentlich nicht stehen. Nee, er rutscht sofort wieder runter. Ich trau mich nicht, das zu speichern. Komm her. Ich muss eigentlich so rum, muss ich das machen. Oh, das kann doch ewig dauern, bis ich den drüben hab, oder? Ja, wenn man nicht in seine Richtung guckt, dann bewegt sich dieser Blockgeist. Wenn man aber in seine Richtung guckt, dann wird er zu einem Block. Und den brauchen wir dort hinten. Oh. Ja, Leute, ihr müsst euch das so vorstellen. Für die, die sich jetzt fragen, was machst du da? Das hier ist eine Art Treppe. Und wenn ich mich nicht bewege, sondern einfach nur auf dieser Treppe lande, rutscht er sofort... ...runter. Also wenn ich nicht andauernd springe, rutscht er... ...sofort... ...runter. No way. Alter. Nein! Ja, toll. Super. Speichern. Kann man das noch irgendwie retten? Ja, kann man noch. Ein Glück. Wow. Äh. Ich muss mich eigentlich nur umdrehen für eine Zeit, die lang genug ist. Ich trau mich ja auch nicht zu speichern auf diesem Scheißding. Oh, es ist eine üble Falle. Danke, danke. Oh ja, er... Oh, ist er schon weit genug? Ist er schon weit genug? Komm her, komm her, komm her, komm her. Er ist weit genug. Oh yeah. Komm her, ein Stück weiter, Blocki. Blocki, 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 Blocki. Da kannst du stehen bleiben. Dankeschön. Um Himmels Willen. Nee, das werde ich mir im ganzen Leben nie wieder machen. Nie wieder. So. Danke. Flup. Ach so, einfach nur abspringen. Flupsch, flupsch. Flupsch. Biss. Und tot. Äh. Flop. Flop. Ich sagte... Äh. Flop. 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 Und weiter. Ein Coinblock leckt mich. Und da ist der Angler mein bester Freund überhaupt. Nein. Däh. Wieser. Wieser. Nicht der Angler. Er sagt, ich muss auf dem auch noch balancieren. Ach ja, genau. Auf dem Angler kann man auch balancieren. Nur auf dem muss man wieder mit dem Spin Jump balancieren. Wobei, das wisst ihr auch dahin schon. In Kaiser Mario 1 und 2 gab es ja den Angler. Oh je, oh je, oh je. Wie kriege ich den jetzt da unter durch? Wie... Wie kriege ich... Nicht, wie kriege ich den da unter durch, sondern wie kriege ich mich auf dem da unter durch? Moment mal. Geh mal ein Stück tiefer, Kumpel. Das geht nicht. Kann ich auf sein Feuer... Kann ich auf sein Feuer balancieren? Ne, da bin ich sofort tot. Aber er hat doch immer eine Höhe, oder nicht? Ach, da kommt was hoch. Ach so. Wieso sagt mir das denn keiner? Ah. Oh je, oh je, oh je. Nein, dein Feuer ist so ein bisschen kontraproduktiv. Mein Freund. Mein Angel... Was? Ach so. Ich darf... Moment mal, ich darf doch nicht springen. Ey, das geht aber. Ich darf da nicht springen. Ih. Yes. Hopp. Oh, es geht aber. Ist das so eine knappe Scheiße. Hoch. Mann, Kumpel, kannst du nicht woanders angeln? Man hatte nie jemanden erzählt, dass man mit Feuer nicht angeln kann. Was willst du damit an Land ziehen? Ein Zitterahal, oder was? Oh. Oh. Ja, oh, danke. Ja, jetzt sind das zwei. Ey, leck mich am Arsch. Ey. Ja, warum auch nicht hier. Machen wir doch mal eine Anglertee-Party. Hey, hey, komm. Wer gibt den Kuchen aus, hä? Boah. Ist das eine Kacke? Ja, natürlich. Immer zwei Angler. Jetzt wird noch so ein richtig schöner, fetter Buh fehlen. Obwohl, nee, die tun einem nichts. Was gibt's denn noch? Was ist noch so ein richtig widerlicher Gegner? Hier, äh, wie heißt das Viech? Porkupuffer. Hier, dieser, dieser... Na, scheiße. Dieser See-Igel. Nein. 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 Oh, Gott, was sind das hier für Rettungsmaßnahmen, Alter? Das ist ja nicht mehr normal. Äh. Und da muss ich unter durch. Bin ich schon zu spät? Nein. Und ich kann durch den Typen durchlaufen. Das ist auch nicht schlecht. Uah. Nääääh. Naja, so geht das aber nicht. Ich muss eine Runde warten. Oder werde ich zerquetscht. Ich werde nichts zerquetscht. Danke. Ey, das ist sogar einfacher so, oder? Oh, meine Fresse. Ist das ein tolles Geisterhaus. Was tötet er mich jetzt genau? Nur das Feuer und seine Fresse, oder was? Näääh. Äh. Äh, 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 äh. Ja, egal. Alter. Ja, leck mich. Oh. 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 Oh, wer stellt da zwei Angler hin? Brrrr. Und ich hab sie schon im Wasserlevel gehasst. Ich hab sie schon bei den Delfinen gehasst. Ich hab sie schon in dem Wasserlevel gehasst, da in dem Geisterschiff. Und in der, in der, äh, äh, in so einem Special. Warum klingelt in jedem Kaiserteil das Telefon? O-Ton? Ein Moment, Leute. Ich kann nicht mal Pause machen. Ja. Warte mal eben. Ich, ich nehm gerade auf, und ich muss gerade alles gleichzeitig und... Ääh. Oh, ich muss mal eben alles beiseite packen. So, okay, jetzt bin ich da. So, weiter geht's. Da bin ich wieder. Wo war ich? Ach, ja, genau. Scheiße. Hier war ich. Ah, die kurze Pause, sie war nicht schlecht. Abgesehen davon, dass ich jetzt wieder komplett raus bin. Oh, leck mich. Ja, nein. Oh, oh. Mario, komm, zuck ins Leben zurück. Zuck ins Leben zurück. Oh, scheiße, das geht nicht. Scheiße. Ich muss sofort speichern. Nein, nein. Nein. Na, nur... Nee, oder? Oh, fuck you, Alter. Verdammte scheiß Telefon. Obwohl, ich hab doch ein Sicherheits-Safe-State. Wo ist der? Hier, genau. Na ja, der ist ein bisschen weiter weg, aber was soll's. Oh, Gott. So. Oh, ja, niemand war irgendwie nochmal anzurufen. Okay, es war ja aber nicht ganz so weit. Es war nur Zap und... Also im Sinne von Zap und Zap und Zap und Coinblock und speichern. Ja, da ist der Affe wieder. Der hat's aber auf mich abgesehen. Man angelt keine Klempter mit Feuermann. Das lernt man jetzt schon in der Schule. Gut, du bist wahrscheinlich nie in die Schule gegangen. So wie du aussiehst. Nee, Moment. Hier war das ziemlich doof. Da unten ist doch die Plattform... Mann, die ist da unten, die Plattform. Warum sterbe ich trotzdem? Jetzt. Hm. Hm. Ich muss da... Ich muss da auch noch warten, oder? Ja, und... Oh, der ist so ficken schnell, dieser Affe. Oh, jetzt bin ich wieder da. Okay. Hier oben in der Ecke warten, bis... Ja, am besten erstmal warten, bis das Ding hochkommt. Ich bin dann... Noch bin ich ja über denen. Und jetzt, wenn's runter geht. Jassa. Ja, oder auch nicht. Ihr Idiot mit eurer scheißroten Spielzockangel, ey. Geht das? Nee, er dreht sich in genau... In dem Moment dreht er sich um. In genau dem Scheißmoment dreht er sich um. So geht das aber. Ah. Jassa. Oh, die sind so scheiße zu koordinieren, diese Mistviecher. Moment mal, wie hoch geht das? Ach nee, das geht nicht bis an die Decke. Es geht nicht bis an die Decke. Ich will doch nur über den Penner. Das ist die Hälfte. Gott sei's gedankt. Oh. Oh. Ein Stückchen eher. Ein bisschen eher springen. Ein bisschen eher springen, sag ich. Ja, und dann runter. Oh. Ich möchte doch nur hier weg. Ah je. Aber ja, dieses Spiel ist schwerer als Kaiser Mario World 2. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das hier irgendwie Level 4 ist, oder? Ach du Affenarsch. Zapp. Yes. Das kann mir keiner mehr nehmen. Obwohl, die Größe können sie mir noch nehmen, aber... Ich will die Größe behalten. Ich will die Größe behalten. Die Größe. The tallness belongs to me. Ah. Ah. Da. Ah. 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 Isar. Brr. Ah. Nein. Oh, leck mich. Ich will meine Größe behalten. Ja. Dankeschön. Was, Boss? Was? Was ist hier jetzt kaputt? Was? Was muss ich hier machen? Das Buh. Ja, 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 ja. Und der scrollt. Und überall sind Stacheln. Und der tot. Ja, ja, ja. Äh, Moment mal. Ich will nicht die ganze Zeit sterben. Was muss ich hier machen? Erst mal gucken. Was muss ich hier machen? Erst mal das Mikrofon weiter wegpacken. Ich schreie ja total rein. Ah. Stacheln. Da ist ein wehren Panzer gewesen. Ach so. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin gleich tot. Okay. Ich hab's aber verstanden. Yasser. Okay. Komm her. Komm her, Buh. Yasser. Scheiße. Ja. Nein. Ja. Komm her. Komm her. Yasser. Nein, dieser scheiß Cooper. Ich hab dafür genau ein Stein zu wenig. Ansonsten könnte ich den Cooper dann noch weghauen. Was ist noch das denn jetzt? Aber dieser Boss ist so gesehen nicht schwer. Das kann man sich nacheinander schön alles verdienen. Hey. Es kann doch nicht sein, dass ich andauernd den Cooper treffe. Jetzt mal ganz im Ernst. Jetzt mal ganz im Ernst. Wenn ich das Ding treffen wollen würde, dann würde ich es nicht treffen. Ich kenne mich. Was? Ja, genau. Das ist das Beste, was du machen kannst. Yeah. Ich hab ihn nochmal getroffen. Super. Jetzt nehmen wir den Stein aus der Ecke. Yasser. Yasser. Toll. Yasser, hab ich gesagt. Wunderbar. Nein. Ich hab gespeichert. Ich vollidiot. Ich weiß doch gar nicht, ob ich ihn benutzen kann. Doch, kann ich. Bams. Yasser. Yasser. Okay. Wo taucht er auf? Da taucht er auf. Kann ich ihn jetzt treffen? Du sollst doch einfach nur rüberspringen, Mario, du Honk. Ja. Wo ist der? Geht es doch wieder da hinten? Was soll das? Würde das gehen? Ja, es würde gehen. Ich lade nochmal neu. Es würde gehen. Das würde gehen. Ich weiß nur nicht, wie lange ich ihn gespeichert habe. Wahrscheinlich viel zu lange. Ne, jetzt. Genau. Jetzt kann ich diesen Stein hier nehmen. Ne. Warten. Und jetzt kommt er rüber. Wo ist er? Yasser. BAM. Scheiße. Na. Hey. Du sollst das Ding aufnehmen und dabei springen, Mario. Jetzt. Oh, das kann nicht wahr sein. Oder muss ich doch den anderen nehmen? Ja, ich mach doch ohne. Nehmen, sofort hochwerfen. Du sollst ihn auch nehmen. Nimm ihn doch, Mario. Däh. Das ist nicht die Art und Weise von Nehmer, die ich gedacht habe. Mein Klempner Freund. Oh, so knapp. Yasser. Nein. Nein. Muss ich noch eine Runde warten? Oder muss ich den nehmen? Ne, dann sterbe ich, wenn ich den anderen nehme. Ich muss den hier jetzt nehmen. Aus dieser Konstellation hinaus. Hier raus. Der ist doch eher mit einem Millimeter, kommt der daran vorbei, der sagt mit einem Millimeter. Du musst einfach ein Stückchen länger warten. Nein. Ja, Mario, das machst du ganz toll. Ey, du bist voll der Klempner-Pro, Alter. Ach man, Mario. Ernsthaft. Nun töte den Geist. Sag mal, läd mal sowas nicht auf der Klempner-Schule. Oder BAMS, er ist tot. BAMS. Geht bloß weg. Jesus. Okay. Gott. Gott.